Sooo, Hallöchen Leute! Heute spielen wir eine Runde. Na, was spielen wir? Was spielen wir? Hm? Was spielen wir? Ah ja, wir spielen Smash! Und zwar mit dem Tsunami, aka Herr Flauschig, aka Huzo. Ah nein. Der das Spiel noch nie gespielt hat, aber ist trotzdem bekannt. Ja. Und jetzt einfach mal aus Stylish davonfliegt, weil er Batman ist. Nein, bleib da. Nein, nein, ich wollte diese Enderpelle da haben und... Oh, jetzt hast du cake. Oh, ja geil. Äh... Ja, Smash sollte man kennen, ne? Wie Super Smash, plus Brawl für die Wii. Einfach so lange auf einen einschlagen, mit Faust und diversen Items, bis zur Arena fliegt. Dreimal. Nein, so wie ich gerade, lol. Was war das denn? Yo, ciao. Das war jetzt so ein bisschen doof. Das war ein bisschen scheiße. Ja, das war echt ein bisschen scheiße. Oh, ein Brot! Lecker! Nein, nein, nein! Das Brot ist böse! Ich bin besessen! Ich bin besessen! Zu... Oh, eine Kiste. Oh, ein Bogen. Oh, ja, ja, oh, oh! Oh! Oh, meine... Oh, du... Au, 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 au! 300% läuft bei mir. Oh, du blöder Hitler, Alter. Nimm, 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 aua! Schmerz! Also der Kind, der war also nicht schlecht. Ja, ich hab nichts gesehen, aber... Das macht nicht. Ja, okay. Gut. Gut zu wissen. Oh, ich hab'n Bogen. Den Bogen! Nein! Oh, ja. Hätt' mich hätt' gelacht, Alter. Das war dezent. Denn was ist das? Was bringt eine Gast hier? Gar nichts. Gar nichts. Ja, das kann ich mal passieren, weil die Welt wird ja ziemlich kaputt gemacht hier. Ja, bisschen. Das ist manche Sachen einfach droppen wie Fackeln oder Rennsdorf. Ich hab'n gesehen. Kein Alter, so haben möchte. Was? Was? Nein! Bitte nicht! Nein! Alter, ist das ne Fail? Das ist ja richtig schlimm. Alter, wie ich überlebt hab' einfach. Wie ich am äußersten Fick der Welt sitze gerade. Hallo, du. Hallo, du. Hallo, du. Du kannst mir auch nen Doppelsprung machen, ne? Ja, ja. Echt? Ja, ja, mit Doppel-Lehr-Taste. Ja, danke, dass du mir das auch mal sagst. Und mit Shift machst du so ne Smash-Attacke. Ja, ist gut zu wissen. Besonders, wenn man noch nie gespielt hat. Das macht nix. Das ist mein Noob-Vorteil, damit ich überhaupt ne Chance hab' gegen dich, weißt du? Ja, ich hab' diese Cyber-Kill. Das ist peinlich genug. Oh, ich hab'n Kaktus. Keine. Dann halt nicht. Dann halt so. Kaktus macht generell nichts. Aber lauf' mal in den Kaktus rein, dann siehst du was passiert. Warte mal, ich probier' mal was aus. Kann man Kaktus den auch placen? Kaktus, ey, schmör' was los. Kaktus, ey, schmör' was los. Kaktus, ey, schmör' was los. Wie ist denn Kaktus? Ja, ha, ich hab'n Kaktus. Ja, ha, ich hab'n Kaktus. Ähm. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann dich sehen. Dum dum dum. Na du. Oh nein. Oh nein. Nein, lol. Ich hab' die gar nicht gesehen. Bist du in die Singularität reingelassen? Ohhhh. Faggot. Beste Geräusche, die ich heute von mir gebe. Na komm her, mein Schatz, die Probe. Lass es mal. Das müsst ihr verstehen. Das tut mir leid. Lass es mal leid. Also wenn ich jetzt gewinn, dann bist du ein Behinderter. Ja. Wir spielen einfach Beste aus drei. Jetzt auf einmal. Da muss er gegen den Noob noch Beste aus drei spielen, Alter. Geh dich ja hängen. Jawoll. Ja, schon mal ne Prozentanzeige einfach. Ich find's weiter. Wegen deiner Scheiß Singular. Hurr. Ja, nö. Tschüss Alex. Jawoll. Das war's. Dann von der ersten. Ich hab' ganze 104 Prozent gemacht und gewonnen. Alter, feiler. Da hat dann eine richtig schlechte Bau. Ja, mein Gott. Ähm. Was spielen wir denn? Wir spielen zwei Wein. Wir spielen library. Äh. Äh, welche Nummer waren das? Ähm. We've got to get the floor, it's to your right, course." Ich bin in die Berardi. Ja! Berardi, ich versuche jetzt halt noch mal nicht zu übersteuern. Die Capster-Party? The Challenge, Alter. Nicht zu übersteuern. Komm, ich bin Superman. Warum geht das nicht? Oh ja, geil. Ich hab gefurzt. Ja, geil. Ja. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch ein intelligentes Thema, über das wir reden. Damit wir nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen... Was wollen wir mal Geräusche machen? Oh ja, geil. Oh, das ist ein Heulenschwer. Heilige Maria-Mutter. Hey, du, Felix, komm doch mal rüber, du. Ich hab da was nicht gefällt, Felix. Ah, nein! So, so. Was? Was? Ich gebe dir einen kleinen Vorsprung. Ach so, damit ich noch eine Chance habe, meinst du? Ja, genau. Genau, damit wir unbedingt das letzte Spiel spielen müssen. Okay. Scheiß-Schnupfen, oder? Ja, letztes Spiel muss man so oder so spielen, weil ich selbst wenn ich gewinne. Best of three heißt, wenn ich zwei gewinne, bist du gemob. Ja, ich weiß, aber ich gehe davon aus, dass ich gewinne. Weißt du? Ja, vielleicht. Willste. Soll ich anstehen? Willste. Lecker. Nein. Ihihihi. Alter, dann hat echt mein extra Leben einfach... Geweck. Ey, lass mich doch da hingehen! Fotze! Zeig, jetzt hab ich mir besser das Item gekreilt. Oh, ja, komm mal her, ich muss dir den Arsch versuchen. Ja, bitte! Oh, ja, geil! Ja, geil! Gib's mir halt! So, mein Freund. Doch, wir sollen uns echt ein Thema raussuchen, nirgends. Alter. Reden wir doch... über... Penisse. Was wirst du von Penissen? Oh Gott, komm mal her! Oh, ist das geil! Das ist ein neues Item, das ist einfach ein Raketenwerfer, der einfach alles in die Luft jagt. Das Ding ist schon geil. Oh, mein Gott. Ja, bei der Impfung sind 200 Prozent, da leck mich doch, du Basta. Oh nix. Ja, das Problem, ich hab mir auch selbst 130 Schaden gemacht. Deswegen ist das nicht so gut. Wo? Na du? Ahahaha! 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 Jawoll! Erste Leistung, Emma! Ahahaha! Ich sag doch, ich willst du dir rüber schicken und du beballerst mich einfach mit deinen Sperren hier und ich fall runter. Jetzt entscheide ich mal, welcher Tod war peinlich, ja. Beide. Ahahaha! Er rülps mir jetzt Gesicht, alter! Ahahaha! Ahahaha! Jawoll! Oh, ich hab extra Leben! Ich hab extra Leben! Oh, ja, kein Sinn! Ah! Nee! Nee! Nicht nochmal! Oh! Scheinbar schon! Hast du dich erwischt? Nein! Lul! Oh Gott! Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich aber geweint, du! Dann hätte es nicht vergraben gehen, dann so wie ich mich! Nein! Lul! Du rätst, du rätst! Alter, was war das? Da klopft der dumme Sprich hier und fällt selber auf die Frise, Alter! Das hat dir ganze 34 Schaden gemacht, uuuh! also das war eine Babelrunde ja definitiv das war unglaublich toll wir gehen nach Schrumpfkingdon nein 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 bin schon drin du bist groß vielleicht für zwei Personen aber das klingt nicht das macht nicht ja, aber was könnten wir denn reden? sag doch mal planst du etwa auch einen YouTube-Kanal? nein, überhaupt nicht und was möchtest du denn auf diesem YouTube-Kanal machen, den du nicht planst? weiss nicht, jedenfalls kein Minecraft kein Minecraft? ok, ähm, unter dem Cha- äh, unter diesem Channel unter dem Video wird mein Link wahrscheinlich noch nicht drin sein weil ich es noch nicht geschafft habe um einen Fall zu erstellen aber das kommt alles noch und dann kommt da hoffentlich CSGO weil das mein Liegen sie bewerfen sich gegenseitig mit den Karten und gehen beide einfach oh, und nein nein! nein! ach komm wir sind beide runtergefallen was war das denn, mein verdammter Faggot? bei mir ging die Ding nicht, alter, der Double Jump ja, der ging einfach nicht er einfach so, nee der hat einfach gesagt nein und dann bin ich gestorben was zur Hölle ist das? oooh was zur Hölle ist das? was war das für ein dummer Tod? ey, ganz ernsthaft wir gewinnen die Folge doch nur, weil der Gegner die ganze Zeit wie ein behinderter selbst runtergefallen ist wir gewinnen die Folge vor allem ich gewinne auch immer die Folge das Game whatever wo bist du denn? deine Mama, deine Ehre ich bin hier oh, da ist eine Ruflade, da ist bestimmt draufgehen Hilfe Hilfe oh nein das ist einfach clear clear ja, das Item das Lehm, der am nächsten ist lol komm doch mal zu mir die hier hinten einfach ein Lager von Items waren oh nö oh nö, bitte nicht ja, über was oh creeper komm doch Admi explodier der haut ihn explodier holy guacamole was hat der für ne Reichweite lol ja, leicht und ja ich hab auch schon mal besseres können gezeigt, muss ich ehrlich sagen ja oh, eine Druckplatte aber ja das war richtig skillerhaft nennen wir es einfach die Fail-Folge im Fail dann ok, wenn ich durch dieses Loch gefallen wäre, dann hätte ich echt geweint weil das wäre dann echt peinlich gewesen also jetzt schon wein, ich hab das Spiel noch nie gespielt und ich bashe dir in den Po oh nein, bitte nicht oh nein, oh jacke hier oh ja, in den Po-Po oh ja, schlägt die verdient einfach von Raum zu Raum das ist ein Cheater also, ich bin hier gebraucht bis ich jetzt nee, also nee don't run dead 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 oh nee 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 sowas, sowas, sowas finde ich gar nicht geil ja ja ich plane ja wie in meinem Info-Video, wo ich auch Smash gespielt habe ganz professionell oh, da liegt ein Smasher nein, Smasher oder Suppe nein, nein, Suppe ähm, plane ich ja ich plane ein nein, what the fuck ich gebe das für mein ein bisschen extra Leben auf tschüss, Alex dankeschön ähm, ich wollte dir noch ne Chance lassen dankeschön, zu gütig nein, nein okay, ähm, ich plane ja auch in Minecraft, oder das ist ein Scherz das ist... ey, dafür hasse ich dich im Ernst jaja 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 jetzt hab ich einfach 200% nein jetzt komm her du Huso jetzt komm her, man du bist du oh, der steht da unten mit dem Smasher, Alter du Spasti, ey die Übrigen ist ja oben und Sniper wenn du da runterkommst ins Gesicht alter, was hast du denn für aiming so, ich hab grad Seesco gespielt ja, ich merk's oh, ja ähm, dann könntet ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben ihr drei Abonnenten zwölf, ne, 13 ich muss das sehr bitten okay ob man denn oh, es geht, okay äh, you win ob man denn für nicht-morinitarisierte Videos ob man da die Lizenz braucht für CSGO in dem Fall wenn ich jetzt nichts damit einnehmen will ob ich die Lizenz da brauche oder nicht okay, dankeschön es gibt noch eine Bonusrunde, weil ich hab gewonnen oh, ja eine Bonusrunde, sagst du? Bonusrunde, sagst du? Bonusrunde, sagst du? ja, du hast leider fein im Gesicht oh, ja, geil ja, geil ja, geil ja, dann würde ich sagen, der Brain hat gewonnen Tampel Tampel Professionality nein, wir gehen in FTL ich weiß wieso, weil FTL ein bisschen schneller gehen sollte normalerweise ich krieg FTL, für was stehen das? ähm oh, so Lickers Faxe Lobby Faxe Lobby Faxe Lobby Faxe Lobby Faxe Lobby Faxe Lobby musst du alles rausbiepen Lobbyisten unser Thema ja genau äh ich plane Challenge Time was ich schon seit 5 Minuten sagen will, aber immer abgelenkt werde ja was ist denn Challenge Time? weißt du das? Kannst du erst dir denken? Challenge Time ist, wir spielen einen Spielmodus in Minecraft wahrscheinlich so wie ich war geil ist und äh der Typ, der als erstes stirbt oder der halt nicht mehr lebt, das ist egal ähm der muss eben zwei gestillte Aufgaben machen von eben den anderen reden unter anderem wird doch der unter anderem wird doch der Brain dabei sein ich hätte es jetzt fast gar nicht vermutet nein nein da und wahrscheinlich mit oh 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 oh, heilige Kaka wahrscheinlich bin dann ich auch dabei und noch ein ein super Gast wahrscheinlich wird es GLP sein aber wir sind uns noch nicht so ganz sicher ja, ein LP ist auf jeden Fall dabei ja, was planen wir? das kommt wahrscheinlich Sonntag freut dich drauf das wird bestimmt toll ja, bestimmt weil hast du dir schon eine Challenge ausgedacht oder kommt die bei dir so random? ich wirklich ich werde wahrscheinlich irgendeinen Hirnschiss fabrizieren ok dann können wir ja gespannt drauf sein was er für einen Hirnschiss fabriziert war ja, klar Challenge Time wird hoffentlich lustige Challenges zu erfüllen was ist denn das für eine scheiß Map eigentlich? ja, sag ich doch da fliegt man relativ schnell raus das ist das gut an der Map wie ist denn der? zeig dich doch mal hast du gesehen, wie ich grad bein auf die Schnauze gefangen werde wie ich so ein Brot in der Hand habe und ich das jetzt einfach esse mit 0% und ich bin Hipster nooo ich bin ja auch das Cookie Monster, ich darf soweit also ich muss sagen mit 0% komm ich jetzt hier nicht so zum Glück bist du inkompetent nein, das ist kaputt einfach BOOM ey, alter ey, du willst mich doch verarschen, ey, komm komm mal her komm mal her und schau dir das an und dann dann sag dein Kommentar schau einfach auf diese Wolle und schau dann auf meine Prozentanzeige so ist das geil, geil ach Gott jetzt schau einfach mal mein Gesicht an und dann nochmal mein Gesicht wie du so ein Hurensohn, alter wie gut einfach er fliegt einfach vorbei und bombardiert mich immer noch mit Schein ja, natürlich, danke ja, bist du gestorben schau dir einfach nicht auf den Sprung, läuft bei dir ist das geil wie einfach voll rumfällt ne, oh Gott Felix aber du hast ein Diaschwert alter ja, komm du erstmal rüber, ne ach verdammt, die haben die Map vereinfacht das ist ja langweilig ich bin im Boden, du nein ich war einfach fett im Boden, alter ich fail einfach so rum, das ist unglaublich ich hab 180 Prozent dreh dich doch mal um hey du, tschüss, ich hasse dich ach, das ist herrlich ja ne, mit mir macht sowas Spaß ja, auf jeden Fall und tschüss wir machen jetzt noch eine Aufnahme, yeah nein, dein Ernst ja, gut ja, ich würd' sagen, ich hab eine, die ich meinst gelbe Wiesen habe er natürlich und damit sage ich das war schon wieder von dieser Aufnahme alter ähm, ich wollt' natürlich sagen so, meine Freunde, meine Reichsgenossen das war's schon wieder von dieser deutschen Aufnahme und ich würde sagen bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Und Starlin ist drauf! Starlin ist drauf! Vielen Dank an Tsunami, auf Wiedersehen, Tschüss! Uhhh!